hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge baldur skate 3 ich bin noch mal hier vorne hingereist weil ich noch mal gucken wollte was hinter dieser steintür ist weil wenn wir auf die map gucken haben wir oben noch sehr viel nicht erkundet hier waren wir gerade eben und hier geht es auch ein ich wollte mal von hier rein gucken bevor ich da wieder blind rein renne und vor allem weil es ja immer noch heißes sind schaßdiener dass ich vielleicht die hoffnung oder ich habe die hoffnung dass wir schaßdiener gegen den nekromanten wenden können weil wir haben immer noch unsere liebe schatten herz mit dabei da ist ein gang rechts links geradeaus und erst mal hier ich wollte gerade sagen hier gibt es doch bestimmt auch ein schnell reise ding ins kirchen wegpunkt halleluja das ist schon mal gut lass uns mal feuer machen guck mal hier kann man auch schnell sitzen die ratten machen mich auch misstrauisch ähm ratte da ist direkt der durchgang links von uns ok cool späer befehle von baltasar ok ok her most wanted treasure i shall prove myself worthy lady sanfte schritt prüfung ok ok was ist das erstmal licht machen ok cool 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 schön so schön das okay schritt jr Okay, wer darf uns da nicht sehen? Äh, 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 ähm. Die Schatten da? Ich wünschte... Ich hätte nicht immer alle Tränke verkauft. Ich hätte jetzt so einen Trank der Unsichtbarkeit. Wäre vielleicht cool. Ich habe nicht zufällig einen, oder? Hm. Hm. Ob ich... Ich versuch's erst mal. Lass mal erst mal gucken, wo ich da hin muss. Ich hab keinen Schimmer. Was muss man hier drin denn machen? Muss ich da noch weiter durch? Oh, lecker, Fanny. Wie weit ist denn das? Da ist was drin. Oh Gott. Ähm. Ähm, 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 ähm. Ähm. Warte mal eben. Ich glaube... Ich rei... Och, sie rei... Ich weiß nicht, ob die Gäste mich anschauen. Was ist denn jetzt durch? Ähm. Ich will doch einfach nur... Ähm. Bleibt die Tür offen? Ich würde mir gerne einen Trank kaufen gehen. Mal gucken, ob das funktioniert. Kommt drauf an. Hab ich dir einen Trank der Unsichtbarkeit verkauft? Unsichtbares Sehen? Nein. 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 Trank der Unsichtbarkeit. Oh. Wollte ich so nicht. Darf ich ganz zu den haben. Glocke-Golem-Eschwörn. Gift kann weg. Das kann weg. Hm. Ich guck nochmal eben. Ob da man auch so ein Ding hat. Was ist denn, wie ich mit einem hinkomme? Vielleicht. Du hast keinen Trank. Oder? Nee. Nee, er hat keinen. Okay. So, dann wieder zurück. Probe. Der ist schon mal noch proben. So, dann war ich... hier runter und dann links. Okay. Tür ist noch oben. Äh, muss ich jetzt nochmal Blut spenden? Dann gebe ich auch noch mein Blut. Jawohl. Ich hoffe, Schattenblut ist jetzt nicht so. ist ja gut jetzt. So. Ich hab das noch nie gemacht. Warte, 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 warte. Ich speichere einmal. Warte, ich hab so ein Ding noch, nein, noch nie benutzt. Ah. Werde unsichtbar. Bin ich denn wirklich unsichtbar? Also. Ich weiß nicht, ob ich schleichen muss. Ah. Was ist mir nur? Was war das? Was ist mir da? Ach man, warum ist das? Nein. Ich. Ich. Ist der Halt dran? Der Trank geht schon weg? Ich weiß nicht, wohin. Ja, der Trank hat sich ja lange gehalten. Oh Himmel. Toll. Okay. Okay. Ich liebe solche Rätsel. Nicht. Oh Mann. Das kann ein paar Stunden dauern jetzt. Wir probieren jetzt mal aus, ob ich da jetzt überhaupt kriechen muss. Wenn ich diesen Trank benutze. Ich weiß nicht, ob ich da einfach so durchrennen kann. So, komm. Ich steh mal auf. Oh, Rainer. Keine Zeit zu verschenken. Da, geh da hin. Die sind so schwer. Ja, mach doch mal. Alter. Schon wieder verkackt. Warum bin ich hier? Hallo. Jetzt hab ich Schaden. Der lädt nicht, Depp. Oh Mann. Ich wünschte, ich hätte 100 von den Tränken. Man müsste mich jetzt nicht immer laden. Oh Mann. Hab ich... Ja. Ich hab gedacht, ich renne einfach drüber. Ich weiß auch nicht, warum. Ich hab's doch nicht so mit dem Schleichen. Nicht, dass ich's nicht gerne tue und versuche, aber... Ich will nicht, wenn ich so unter Druck stehe. Ich will mich doch Changsha hier beweisen. Trinken. So, trinken. Ich wünschte hier doch mehr als einen Trank. So, jetzt mach den Hebel bitte direkt beim ersten Mal. Danke. rein da. Da ran ans Eck. Hüpfen. Weiterlaufen. Weiterlaufen. Ich weiß nicht, ob ich da rein muss. Ist da ein Hebel? Oder muss ich hier hoch? Oder... Ja, wohn mal. Okay, die kann ich nicht öffnen. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo noch ein Hebel ist. Da. Die Tür ist offen. Warum ist die denn noch zu... Ich irgendwo ein Hebel übersehen? Oh, Himmel. Das schaffe ich doch nicht. Nee, mach kein Licht an. Wo habe ich denn noch einen Hebel übersehen? Von hier schaffe ich doch gar nicht mit einem Trank. Dass ich hier noch irgendwo einen Hebel machen muss. Den habe ich, damit ich da durchkomme. So. Den Hebel hier hinten hatten wir auch. Keine Ahnung, wo er war. Jo, gut da. Ich sehe sonst keinen Hebel. Ich verstehe es nicht. Wenn du... Willst du hier die Lampe anmachen? Ist hier noch irgendwo ein Hebel? Ich sehe die Lichter öffnen, nicht die Türe. Ohne mal hier drüben vielleicht. Ein Knopf. Oh, ein bisschen Licht hier. Ich versuche jetzt einfach mal einen Knopf zu deuten. Die komischen Geister noch da? Keine Ahnung. Na ja, da sind sie. Und raus, und raus. Aber hier drin ist kein Hebel. Jetzt sehe ich nichts. Hier ist irgendwie eine Sackgasse. Richtig. Hier ist nichts drin. Oder muss ich die Tür aufknacken? Kein Schimmer. Müssen wir jetzt mal gucken. Vielleicht muss ich die Tür... Ist hier vielleicht auch noch ein Schalter? Ich sitze, es ist kein... Okay, ich versuche jetzt mal... Ich versuche mal, die Tür aufzuknacken. Ich weiß nicht. Weiß nicht, warum die nicht aufgeht. Blöde Tür. Ja. Lüppern. Oh, mal zu 10. Das schaffen wir aber mal. Okay. Schatten-Edelstein. Schatten-Edelstein. Tagebuch finde Gertricksons Relikt. Was jetzt? Oh, ist ja cool. Ich habe so ein Schatten-Edelstein. Du spielst doch nur mit mir. Du spielst doch nur mit mir. Okay, ist das das Relikt, was der haben will? Die ist schwarz. Man weiß es nicht. Okay. Ich schnell mal Schnellspeichern. Ich möchte das nämlich ungern nochmal machen. So. Ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder zurück. Da nicht. Oder hier geradeaus quasi. Mal auf die andere Seite gucken. Warte, ich hasse diese Erkältung. Von da oben waren wir gekommen. Da kommen wir nicht hinan. Gehen wir erstmal hier lang. Ist jetzt hinter jeder Tür so eine Prüfung? Ich hoffe, ich hoffe, ich habe es nicht. Die selbe Prüfung? Wie die selbe Prüfung? Was heißt das denn? Okay. Schattenherz. Dein Job. Okay. Okay. Gehen wir, dass wir die Schmerzen sind. Wir sind die Schmerzen der Schmerzen. Was auch immer das jetzt wieder bedeutet. Gehe ich jetzt alleine rein? Gehe ich mit der Gruppe rein? Ich weiß es nicht. Erstmal sehe ich... Noch nix. Wow. Hier unten ist erstmal gar nix. Jetzt muss ich auf den ersten Blick. Oh. Ich hab fast meine ganze Gruppe umgebracht Wow, ich fühle mich gerade selber oben Ich wusste gar nicht, dass ich das alles kann Ich bin ganz schön gut Äh, ja cool Und die feindliche Galak hat auch noch mehr Gesundheit Cool, cool Ich hab einen Schaden gemacht Okay, was ist das denn schon wieder? Ja, ich weiß nicht, was ich hier machen soll Ich bin ja schon Mit allen so gut wie tot Da komm ich nicht dran Es ist doch wieder witzlos Toll Cool Ja, es ist gerade keinerlei, der dich heilen kann Uh, Galak versucht, den Tod zu hauen Geil, wenn die Kamera so hin und her springt, oder? Wo sind denn meine Geetlein? Bek I don't know Hm Ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Jetzt tauchen meine Gegner wieder auf. Super. Ich brauche, ich brauche, ich brauche. Ah He is a goody dude. Komm, 65%. Dankeschön. Und heilen. So ein bisschen zumindest. I will ascend. Time to push my luck again. Der hat noch so viel Leben. Ich krieg die nicht mit einem weg. Ich kann nicht alle heilen. Ich kann nicht alle heilen gleichzeitig. Ich kann nicht mit einem aufhören. Ich hab die gerade geheilt. Ja, sie hat genug Gesundheit. Ich bin bereit. 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 Kala, ehrlich? 80%. Komm schon. Dankeschön. Kann sie... ...die jetzt noch? Nee. Kann sie nicht. Ähm. Komm ich mit ihr? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Wir haben die zweite... ...oder Schatten, den zweiten. Ähm... ...hätten wir uns doch gleich mal heilen können, oder? Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal ins Lager. So, weil wir hier raus sind. Ähm... ...döp, döp, döp, döp. Wo geht's denn raus? Hier dann. Okay, jetzt müssen wir erstmal rasten. So viel shit fest. ...döp, döp, döp, döp. Nein, Karamba, hier ist was los, du. Ja, würde ich auch sagen. Let's see what this does. Ähm... ...döp, döp, döp. ...fünfzehn, zwanzig. ...döp. Was sind zwölf? Weiß mir jetzt egal. Oh, nicht Wein dabei. Haben sie sich verdient, ne? Okay. Ich weiß nicht, wie viel von den Prüfungen es gibt. Ah, Ratte, was hat denn das mit den Ratten auf sich? So sanfter Schritt haben wir gemacht. Dieselbe Prüfung. Gehen wir jetzt hier rum oder da rum? Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Ich weiß aber, was einen Unterschied macht. Den wir jetzt erstmal einmal speichern. So viel Zeit muss sein. Es gibt einfach Dinge, die muss ich nicht unbedingt nochmal machen. So unterhalten sie auch sein werden. Oh, ne Tafel. Die Ratten. Was hat das denn mit den Ratten auf sich? Warum ist denn das so ausgenunkelt? Die Prüfung haben wir doch gemacht. Ich wollte die Ratten. Alter, wir gehen jetzt erstmal lang hier. Das ist ihre heiligste Prüfung. Das klingt so irgendwie, als wäre das die letzte. Oh, jetzt hab ich die Kerstin ausgemacht. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Nein. Was ist das? Was soll ich denn hier in einem Hebel rumfummeln? Was bin ich denn jetzt hier? Ich würde gerne erstmal hier rum, äh, wo bin ich jetzt hergekommen? Ich wurde vergessen. Oh man, hallo. Ach, da rechts. Warum so nervös? Warum so nervös? Nee. Hä? Ich bin doch gar nicht so weit gelaufen. Da. Okay, fahren wir nochmal runter. Ja, jetzt kommt. Jetzt stellt euch da drauf und nicht wieder daneben. Alle. Aber ist das so schwer. Ja, mach mich fertig. So, und jetzt habe ich gesagt, da bin ich hoch, also nach links, richtig? Ja, genau, hier sind wir reingekommen. Was ist das? Das ist das? Wait. Nothing. Nothing's wrong at all. There's something more I need to do. Or the trials will have been in vain. There is a holy weapon hidden away. The spear of night. I have to claim it. Then use it to make a sacrifice in Lady Shah's inner sanctum. If I succeed, I'll become a dark justicia. There's a library in this place somewhere. That's where I need to look. Without it, the sacrifice to my Lady will be in vain. And I won't be blessed as a dark justicia. I'm not sure if that's so good now. Uh... Don't worry. This place has been empty for years. The sacrifice can't be a simple mortal. More likely it's a monster. And we're well versed in dealing with those, aren't we? Okay. We need to find that spear. Okay. Passed auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. 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 About to check out in士,uary 18. Let's pretend to uncover the söken battle. Part 1, 1-2-1-2-1-6 out-of. From tool.